So, brauche ich einen Silence, ist die Frage. Nö. Könnte einen Anti-Stun bauen. Ach doch, ich brauche einen Silence. Für die Kira. Hm. Silence für die Kira oder Anti-Stun gegen Rigdor. Ah, egal. Sag mir mal... Hier, Janine ist doch da. Janine, was spielst du? Sag mir mal dein Nabesh-Bild. Spielst du auch Nabesh? Ich spiel irgendwie immer das gleiche. Ist ein bisschen lame. Ich hoffe, es kommen mehr Items raus, dass man verschiedene Dinge spielen kann. Ist irgendwie immer langweilig. Also, spielst halt immer das gleiche. Ich finde, es müsste mehr Items mit so richtig Effekten geben. I'm gonna get camped. Minions are spawning. Den spiel ich sehr selten. Leider, okay. Kennt ihr sonst jemand ein gutes Nabesh-Stack-Bild? Irgendwas geiles? Dass ich mal irgendwas anderes spiele? Nicht immer denselben Scheiß? Also, daran müssen die echt arbeiten, dass man... Äh, es ist auch noch Rigdor. Das ist natürlich richtig kacke. Also, der wird mich hooken. Muss ich ein bisschen Tanki bauen. Da muss ich, glaube ich, der Lexus-Bloops zweites Item gehen. Weißt du, warum kann ich dir jetzt nicht ein Item bauen? Dass, wenn ich gestunt werde, ich dann explodiere. Und immer, wenn er mich hookt und mich ranzieht, dann explodiere ich bei ihm. Das fände ich doch mal in Ordnung. Probier doch mal einen Windcaller. Ja, aber das ist immer, wenn ich jemanden schlage. Und das ist eigentlich nicht so geil, muss ich sagen. Oh, ich habe drei Wäldchen. Warte mal. Hm. Mein Skill reist. So. Let's go, Koopa. Da wurde ich gehuckt. Koopa, let's go. Hier auch noch. Koopa. Lol, Alter. Ich gehe kaputt. Wir müssen, glaube ich, back. Okay, sorry. Gold-Buff noch holen. Ich weiß nicht, wo der Jungler ist. Ich habe auch kein Wort gestellt bisher. Der Jungler, der war rechts. Alles gut. Der hat mich gerade im Jungle. Nice, nice, nice. Schön gemaked. Schön gemaked. Windcaller progt noch, wenn du jemanden heals beziehungsweise Schild gibst. Ja. Mein Name ist kacke grad, lol. Ja, du bist Loki-Aim gewohnt. Solltest wohl das Game wechseln für heute und morgen. Oh, Digga. Oh, die hat doch kein... Oh, sorry. Sechs Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Oh, nice. Tötungsspray. Ich bin schon wieder oben. Ich kann schon wieder back. Okay. So, warte. Ich fange mal hier. Eins, zwei. Achso, ne, habe ich schon. Okay. Ich verpiesel mich. Windcaller soll ich bauen, aber auf Nabesh? Ich glaube, ich muss erst mal True Silver bauen, weil die unterbrechen sonst meine Ulti im im Viervierteltakt. Nützt ja sonst nix. Mit seinem Silence, Hook und whatever. Der haut mich direkt aus der Ulti raus. Wie wäre es mit dem einen Item, das dafür sorgt, dass wenn du gehuckt wirst, er einfach instant stirbt? Ah, das wäre geil. Man, Cooper, kannst du mal aufhören, die Kills alleine zu machen? Ich würde den Dude, mit dem du auf YouTube beef hast, sicher gefallen. Ist so. So, was ist eigentlich... Achso, er will back. Wo ist denn unser Jungler? Rechts. Zarok? Ja. Können dann auch bald den... Oh, Man-Q in der Mitte, sicher jetzt erst. Können wir da was starten? Fähig, gar kein Bock. Fähig, gar kein Bock. Ach, scheiße. Okay, was war denn das? Hab ich jetzt nicht kapiert. Ich komm, sie ganken und sie gankt einfach nicht mit. Ja, ich komm, Cooper. Ich komm. Das sind mir immer die Liebsten, die Leute, die mal ganken kommt. Oh shit, ich komm, ich komm. Nein, der Sarus. Ich bin tot. Lauf, 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 lauf. Ich lauf, ich lauf einfach weg. Ich bin nie tot. Nicht so geil. Junge, was macht denn jetzt die Fae, Alter? Du hast ne ganze Leben für dich alleine. Ja, das ist das nicht die Fae von eben? Ich glaub schon, ja. Ja, dann weißt du, was abgeht. Ich frag mich, wie die Leute so in der Elo so hochkommen. Wenn die so die Einzel, die Dinger nicht hinkriegen. Hm. I don't know. Okay. You know she blinded, blinded nun. Was? Können wir, äh, Raptor machen? Ich hab kein Wort, aber ich kann uns hochheilen. Volles Mana. Oh, Mitte ist tot. Hoopa, ich bin on my way. Ah, er hat sie nicht gekriegt. Er ist auch tot. Shit. Nein. Hm. Fae, mach doch irgendwas. Die kann ja nichts. Ich bin tot, Digga. Jetzt blockt sie mich noch. Okay. Alter Schwede. Riverbuffs. Ah, Cooper ist wieder links. Ist die Bellica, ah, Bellica ist auch noch gestorben, sehr gut. Die hast du noch bekommen, oder? Ja. Sehr nice. Beef? Gibt es einen Disstrack von Sonic? Ja, müsste ich mal, müsste ich mal wieder einschreiben. Mal wieder einen Disstrack raushauen. Ich hab Hunger. Wisst du, dass ich Hunger habe? So. Gegen Geen Nice. Ah, natürlich schießt die Tower nochmal. So, wo ist Rickdor? So, ich mach das Ding aus. Nice. Schön, Sarok. Macht den Main-Q kaputt. Wir haben links den Tower. Oh, shit. Holy shit. I'm dead. Golper ist weg. Weiß ich nicht, hat er das... Ah, nee. Er könnte ja wenigstens mal ping, dass er misst. Sie ist doch hier Koopas Homie. Hm, schade. Ich wusste halt nicht, dass die nicht auf der Lane ist. Oh ja, ne, klar. Shimby hat zwei Kills. Saros hat schon drei Kills. Hm. So gemütlich zu Abend gegessen. Jetzt kann man weiterzocken. Geil, furzener Wolf. Beste Leben. So muss es sein. Der muss dann aber vier Stunden gehen. Vier Stunden Distrack? Geil, sich Echo Fresh oder was? Hm. Unterwegs mit. Habt ihr uns gesehen? Hä? Ich hab die doch gerade gesehen irgendwo. Ich komm zu euch. Oder hat die sich gerade backgeportet? Da, Saros. Oh, shit. Ist doch jemand da? Ne. Okay. Wo sind denn alle? Keiner hilft. Oh, du musst da raus. Du musst da raus. Geil, mein Game ist abgestürzt. Nice. Das ist nicht gut. Äh, ja. Predecessor. Endtask. Okay, ich komm wieder rein. Das war ja übel. Okay, Predecessor. Starten. Schön mit Doppelgänger und Grab im Wald-Video. Wo bin ich denn? Ah, ich war eh tot, gell? Von daher ist es nicht schlimm, glaube ich. Ich finde dieses Bild hier von der Bellica ganz schön schlimm. Das sieht so komisch aus. So komisch gephotoshoppt einfach. Sehr merkwürdig. Okay. Und ich hoffe so auf einen geilen, so einen geilen Grimm-Patch am Dienstag. Oh, stellt euch vor, der Grimm wird geil gemacht. Lebe ich wieder? Ja. Und steht in der Base? Oh, jetzt ne Faye hol dir. Das wird schon schmecken. Du erwartest doch nicht, dass unsere Faye irgendwas macht. So, ich bin wieder da. Oh, die haben einen Raptor bekommen. Wann das denn? Jetzt Kräuter. Nicht so geil. Cooper hat wie viel Kills? 5-0. Ah, der carryt das gleich. Er ist 2 Level über mir. Ist ein bisschen wack. Oh, die ist auch 2 Level über mir. So, ich habe meinen Crest fertig. So, hier ist noch eine schöne Wave. Ich gehe da mal farmen. Warden meine ich. He will back. Dann gehe ich auch back und komme dann in die Mitte. Aber erstmal Crest 10. Nehme ich jetzt den Silence oder nehme ich ein Schild mit? Oder Heilung. Oder Anti-Stun. Nimm den Silence mit. Wobei, Anti-Stun eigentlich besser. Wegen Sarus und Richter und so. Weil ich glaube, ich glaube, die Kira, die macht nicht mehr so viele Probleme. So, jetzt brauche ich aber noch einen Kill für meinen Uh, uh, uh. Oh. Sehr schade. Oh, shit. Nein, ich wurde geholtert. Cooper, nein. Oh, Cooper ist tot. Warum ist Cooper durch die, durch die andere Kira gestorben? Ach du Scheiße, du hast gar kein Mana. Okay, für ein Ding hat noch gereicht. Hol den Mid-Tower-Lock. Nein, er trifft ja nischt. Okay, er ist tot. Schade, er hat alles daneben gehauen. My bad. Easy, easy. Lemon squeezy. Oh, gleich was Geiles essen. Hm. Allied Tower under attack. 16 zu 12. Was pinkt der da? Pinkst du da? Nee, nicht French Crocs. So, Cooper, 6-1. Na, der hat den Board gecleared. Der hat auch ein Dings-Boops-Buff. Oh. Oh, klasse. Die wollen wahrscheinlich den Prime machen. Komm, ich glaub ich den. Ah, die machen jetzt Mini-Prime. Scheiße. Was macht denn die Faye? Die klopfen ja, Blue-Buff. Ja, wow. Ich glaub, sie klopfen auch, ne? Ah, die haben jetzt den zweiten Prime. Weiden Prime? Wir haben einen gemacht. Echt? Ja, stimmt. Da haben die lassen. Ach so. Ja, aber damit können sie halt jetzt zum Raptor gehen. In meinen Faye man nicht die ganze Zeit einen Jungle der Räuft, oder? Ah, na gut, sie braucht auch Farmen. Die Rave ist ausgebruscht. Ja, aber trotzdem. 120, 334, was geht eigentlich? Ist okay. Okay, Raptor ist da. Hier sind sie alle. Wir brauchen euch alle hier. Wie viel Worts wir haben. Mehr Worts als sonst irgendwas. Let's go. Was wird mein Cue da hinten? Nice. Oh, Faye ist tot. Nice. Prime machen. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Sarus ist da oben, portet aber weg. Ah, wir sind eigentlich relativ full life wieder, außer Grugs. Victor kommt. Da ist Sarus. Scheiße, er ist daneben gesprungen. Jetzt muss der Flash sitzen. Äh, der, der Smite. Ich sehe gar nichts. Lol, Alter. Alter. We got it, ja. Wir haben es bekommen, aber wir sind alle tot. Außer Faye. Warum macht sie jetzt den Jungle? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist wieder jemand, der mich nicht mag. Ich verstehe die nicht. Die fail. Ich check's auch nicht. Ich, ja, wie gesagt, zwar nur aus dem Essen. Ich komme da drauf nicht klar. Rechts wird auch gepusht. Okay, rechts haben wir. Ich glaube, die kriegen keinen Tower. So, wo ist mein Koopa? Wall Group with Faye. Ich bin noch im Weg, bin noch im Weg. Achso, ist unser. Da ist Victor. Schönes dann. Ein schöner Stun. Einer muss links steffen. Und einer links steffen. Ah, Grax geht schon. What? Pass auf den Seiten auf. Ne Bellica fehlt. Chimby fehlt. Chimby ist hier. Power ist weg. Und sie gestunt. Schöne Ulti. Scheiße, sie ist rausgekommen. Inhip, inhip, inhip. Okay, nice. Wenn du bei mir bleibst, kriegst du auch Leben wieder. Achso, du willst backpawten. Okay. Oh, in Jones, in Jones. Ich hab wenig Mana. Victor ist hier. Hier. Oh, shit. Das geht nach rechts. Oh. Oh, shit. Shit. Ich bin tot. Ich wollte ihn noch haben, aber Faye hat ihn gekillt. Oh, Koopa kommt raus. Nice. Nice. Bom, die gönnt ihr euch, die gönnt ihr euch. Bam, 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 bam. Geil. Nice. Holt euch den rechten Tower. Mega gut. Ich baue jetzt mal dieses schneller laufen Item, wovon ihr da alle sprecht. So, das hier. Der nächste Raptor ist wieder ab. Du musst es jetzt backpawten und zum Raptor angehen oder deren Blue Klauen erstmal. Nice. Gut. Schön, du bist back. Wieder full. Raptors up. Okay. Hier, Sarus. Wir sind alle hier. Wir können hier noch nicht anfangen. Hauen wir das Ding hier weg. Okay, nice. Oh. Sarus von der Seite. Okay. Okay. Raptor. Bellica kommt wieder zurück. Kommt noch einer mit. Schön. Hier mal links. Oh. Nice. So, hier seid ihr wieder voll. Oh, ich kann die Minions noch hochheilen. So viel Mana-Reck habe ich nicht. Oh, du willst Prime machen? Jo. Boah, dann gehe ich mal ganz schnell weg. Okay. T2 sind jetzt alle weg. Mittlere Inip ist weg. Aber den mittleren Inip sollten die bald wieder haben. Aber eigentlich dürften wir uns nicht fighten. Aber eigentlich dürften die uns nicht fighten. Am Prime. Boop. Boop. Äh, hier von der Seite. Nice, nice, good job. Von der anderen Seite. Hm. Darus kommt zu. Jawoll. Shit. Oh. Schöner's dann. Bellica läuft weg. Kann einer links treffen? Ich weiß nicht, ob... Ja. Hm. Eigentlich kann die da nix machen. Oh, der Ennep ist wieder da. Chloe, kommt hier rausgefahren. Die will uns die Minions abschneiden. Aber egal, wir sollen nichts mit denen gewinnen, oder? Ja. Hm. Nice. Ja. GG. Nice. Oho. Ich sag's dir, nabisch ist es einfach. Wolf, 308, danke für den Follow. Der nabisch ist es. Oh, das war eine sehr angenehme Jungle-Runde. Und ich wurde nicht EINMAL beleidigt. Echt? Hast Chat ausgestellt, oder was? Nee, sowas stell ich nicht aus. Aber ich hab aufgehört, Jungle zu spielen, seitdem ich nur noch beleidigt wurde. Weil vielen Leuten nicht gepasst hat, wie ich gespielt hab. Oder... Ich kann das machen, wenn du willst. Ich kann dich auch beleidigen ein bisschen, wenn du das magst. Ja, dann spiel ich aber gar nicht mehr. Gute Spiel. Ja, dann spiel ich aber gar nicht mehr. Ja, dann spiel ich aber gar nicht mehr. Das ist egal. Da hatte ich's bis jetzt noch nicht so krass. War doch mega gespielt von allen. Rux hat am Anfang ein bisschen Probleme gegen Shinbi. Vielleicht muss ich auch mal Shinbi gegen Rux spielen. Ist das gut? Aber krass, dass Main-Q nicht so gut gespielt hat. Obwohl unsere Phase ein bisschen lame war. Na gut, am Anfang war ich ja oft da. Ich glaub, die ist fast jedes Mal geflasht, wo ich in der Mitte war. Dann hab ich's zweimal nur gefokust. Ich hab's ja am Anfang schon echt abgenudelt. Nice, nice, GG.